willkommen zu fcs blog die woche mit mir karsten pilger und ihr habt euch wahrscheinlich gefragt wo ist das pilger video letzte woche es gab eins aber das lief dann um 20 15 im saarländischen rundfunk kleiner scherz da reden wir gleich noch drüber über diese denkwürdige saartalk sendung in der ich zugeschaltet war aus hamburg reden wir aber erstmal über das sportliche und das hatten wir kurz und knapp der fcs ist weiter in allen pokalwettbewerben vertreten hat seine pflichtaufgabe im landespokal erfüllt 4 zu 0 bei der borussia aus neunkirchen ein ich sag mal sommerlicher kick war das fast zu nicht ganz sommerlicher wetterlage aber das war auch ein spiel das musste man gewinnen das tut noch ein bisschen leid dass die borussia so abgestürzt ist aber es führt eben da auch dazu dass dieses spiel in neunkirchen die generalprobe war vor dem spiel gegen den ersten fc kaiserslautern im großen dfb pokal halbfinale und jetzt gehen wir natürlich schon ins thema rein der rasen wir müssen mal wieder über den rasen reden denn der dfb hat sich jetzt eingeschaltet in dieser never ending story und hat eine sehr harte entscheidung getroffen die dem fcs keine beliebtheit eingebracht hat bundesweit nämlich das spiel gegen rot weiß essen ursprünglich angesetzt am ostersamstag wurde gecancelt und auf den 24 april verlegt aber und das lässt die leute aufhorchen in einem noch zu definierenden stadion was ist passiert ein dfb gutachter hat sich den rasen im ludwigspark angeschaut unabhängig und kam zu dem schluss ein spiel zwei spiele innerhalb von drei bis vier tagen auf diesem rasen das ist nicht möglich es führt eben dazu dass der dfb jetzt erneut ein spiel im dfb pokal gefährdet sieht und die erfahrung die man da schon mal gegen borussia mönchengladbach gemacht hat möchte man natürlich beim dfb in diesem premium pokal der dieses jahr auch besonders sage ich mal aufsehen erregend ist weil es nur noch einen bundesligisten gibt das will man tunlichst vermeiden hat dann eben kommuniziert das spiel findet dann unter der woche statt ende april und das hat dazu geführt dass viele essen fans sich geärgert haben dass die schöne ostertour dahin ist aber auch viele andere fußballfans in deutschland haben jetzt den finger gehoben und gesagt das riecht doch nach wettbewerbs verzerrung das dürfte dem ersten fc saarbrücken doch recht sein um erstmal eine lanze für die leute zu brechen ich glaube wir fcs fans wir würden bei einer ähnlichen entscheidung eines gegnerischen vereins oder eines dfb in sachen eines gegnerischen vereins ähnlich denken erstmal jetzt ist es so dass die ganzen gegnerischen fans nix wissen über diese rasen posse in saarbrücken den fehlt wissen und die sagen dann dummes zeug und das sollte uns vielleicht gar nicht so sehr stören denn wir wissen dass es viel viel komplizierter zunächst mal hört sich erst mal nach einer vernünftigen entscheidung an aus fansicht dass man jetzt nicht die austragung von spielen riskieren will gleichzeitig sind natürlich alle fcs fans sauer dass der rasen mal wieder in einem untragbaren zustand ist das einfach ein problem dass sich schon sag ich mal unter quasi auch angedeutet hat hat ihr erinnert euch noch an dieses spiel ich meine gegen halle oder zwickau war das ich weiß es nicht mehr genau das sprichwörtlich ins wasser fiel wo der magenta moderator den ball hat so auf ditschen lassen auf dem platz und der schwamm fast weg seither hat man dieses problem komplett ignoriert von seiten der stadt da war es einmal mit der lanze getan und in den sommern und zwar in drei sommer wo man hätte was machen können ist halt nichts passiert weil man sich ein bisschen zu sicher wähnte und da auch nicht die höchste prio rein geschoben hat wahrscheinlich auch dieses eine spiel vergessen hat dann musste man ganz schnell handeln mit dieser schicht die so dick war und hat den rasen ausgetauscht jetzt kann man der stadt nicht vorwerfen dass sie da gehandelt hat ganz schnell und das auch der stadtrat da das alles möglich gemacht hat dass es so schnell ging jetzt ist die frage war das nur ein schnellschuss oder war das eine nachhaltige lösung da muss ich jetzt ehrlicherweise sagen bei all den diskussionen die wir seit wochen führen will ich mir nicht anmaßen zu sagen ich habe den grünen daumen und weiß was man besser oder schlechter hätte machen können es ist aber eine für alle seiten sehr unangenehme situation denn die diskussion um den ersten fc saarbrücken bringt in der stadt vor kommunalwahlen niemandem beliebtheit gleichzeitig kann der verein eben nichts dafür in was für einem zustand sich der rasen befindet der hat das stadion nicht gebaut habe ich schon noch und nöcher gesagt und die stadt ist da wirklich am zug die frage ist halt wie viele optionen hat sie noch sie hat den rasen schon mal ausgetauscht und wenn jetzt der warnschuss vom dfb kommt ist die frage was kann die groß noch machen was sind ihre handlungsoptionen und das ist so die spannende frage da kann sich auch nicht der fcs zu sehr hinstellen und dann sagen die stadt ist am zug die stadt ist am zug die frage ist halt was die stadt noch machen kann dass die antwort darauf wird sehr spannend gleichzeitig war auch die dfb pressemitteilung natürlichen warnschuss in richtung erster fc saarbrücken und das ist der part den wir als fans dann gerne aussparen dass sehr wohl schon seifert beauftragt war für das essensspiel ein ausweich stadion zu finden aber keins im umkreis von 200 kilometern gefunden hat so wie peter müller das im interview mit sanius gesagt hat heißt wiederum der fc hat mal wieder von den fans geheim gehalten dass schon tage was im busch war dass seifert nicht so erfolgreich waren ausweich stadion zu finden und das kann jetzt für unterhaching sieht es wohl besser aus weil wir dürfen nicht vergessen es ist schon wieder relativ kurzfristig nach dem lautern spiel ein weiteres spiel jetzt kann man sich die frage stellen hat der fc ist einfach darauf ankommen lassen war er vielleicht gezwungen da abzuwarten was der dfb macht weil man keine ausweich spielstätte gefunden hat alles in allem halt mal wieder eine ärgerliche episode für die in erster linie an diesem zustand des rasens kann halt der verein nichts gleichzeitig ist es natürlich aus fansicht sehr schade das zu erfahren auf diese art und weise aber es gibt noch ein thema über das wir kurz reden müssen das ist die sahtalk sendung ich habe ja schon kurz gesagt und auch erklärt warum ich da nicht so bissig wie normal wirke und nicht so aktiv wirke ich war einfach zugeschaltet in einem moment wo ich gern dieter weller was gesagt hätte war mein mikrofon zugedreht ich habe da noch mal nachgefragt beim sr da war wohl keine böse absicht dahinter insgesamt ist mein gefühl als jemand der journalistisch tätig ist dass der sr da zu viel wollte mit der sendung auf sich selber keinen gefallen getan hat dass man vorher die fcs fans ein wenig geschämt hat mit diesem ankündigungstext das war ja so durch die zeilen irgendwie die message du sollst dich schlecht fühlen wenn du fern des ersten fc saarbrücken bist auch wenn ich sehr kritisch bin als fern des ersten fc saarbrücken ich will nicht dass ihr euch schlecht fühlen sollte dass ihr fern des ersten fc saarbrücken seid ich will mich auch nicht schlecht fühlen dass ich fern des fc bin gleichzeitig will ich natürlich antworten von allen verantwortlichen die diese oder jene thematik verbocken dann war dann noch die sache mit hartmut ostermann ich habe mich schon darauf eingestellt dass er nicht kommt allein weil hartmut ostermann jetzt nicht dafür bekannt ist dass er sehr schlagfertig ist dass er ein großer redner ist und seine talkshow auftritte die kann man an einem finger abzählen glaube ich und so hat es mich auch nicht überrascht dass da die tabella aufgetreten ist was mich allerdings im nachgang überrascht hat das kann man auch in der kolumne von mark weishaupt in der saarbrücker zeitung nachlesen ist dass offenbar ich der grund gewesen sein soll dass hartmut ostermann abgesagt hat dass er nicht gekommen ist und diese ganze geschichte die ihr verfolgt habt jetzt bin ich 20 jahre mitglied in diesem verein denkt mir so es ist eine woche wo wieder eine hammer entscheidung des dfb dem verein in die fresse haut und hartmut ostermann könnte als präsident des vereins in den saartalk gehen gegenüber sitzen von uwe konrad und einmal im namen aller vereinsmitglieder und aller fc fans sagen was da passiert das ist eine schande für die stadt saarbrücken das ist eine schande für den verein das ist nicht wofür wir stehen wollen und uns reicht das jetzt jetzt muss was passieren und dann könnte einen starken auftritt hinlegen und den starken auftritt auf den verzichtet da weil ich das jetzt muss ja selber wissen finde ich ganz schön peinlich gehen wir mal von aus dass es stimmt weil mir wurde auch ähnliches zugetragen aber es passt so ein bisschen insgesamt bild eines vereins wo verschiedene leute verschiedene dinge sagen und keiner einheitlich redet und so war auch dieser auftritt von dieter welle einigermaßen skurril angefangen dabei dass er mit der geschichte kam dass der verein immer noch zwei millionen euro schulden aus der kirch media krise vor sich hin trage gab im jahr 2002 gab es die kirch media krise und in diesem jahr waren wir abgestiegen aus der zweiten liga man hatte damals über den dfb zentral vermarktet uns geld dazu gesagt die die vereine aber nicht erhalten haben und seit dieser zeit seit diesem abstieg schieben wir so zwei millionen defizit vor uns her wir haben auch wegen der vielen abstiege meiner zeit sind zehnmal auf und abgestiegen mussten wir auch immer handlungsfähig bleiben das heißt wir haben von haus aus uns irgendwann entschieden sehr viel aus zu sorgen jetzt haben wir zum ersten mal die möglichkeit zu sagen okay wir schaffen arbeitsplätze wir wählen jetzt ein webshop dann eben auch jetzt irgendwo auf in der stadt vielleicht gegenüber vom rathaus dann müssen wir dort drei leute einstellen wir haben jetzt dann nicht im social media vor noch mal zwei leute einzustellen das sind das alles personen die wir bei uns dann integrieren auf der geschäftsstelle was so vorher nicht unbedingt möglich war gleichzeitig ist das doch ein bisschen widersprüchlich wenn nach dem letzten dfb pokal halbfinale gegen bayern leverkusen überall stand dass der verein jetzt schuldenfrei sein das ist mal wieder ein beispiel wo dieter weller irgendwas redet und da steht was im raum was sich auf die schnelle nicht überprüfen lässt was vielleicht einige interessierte vereinsmitglieder vor der nächsten mitgliederversammlung mal im jahresabschluss überprüfen sollten aber es steht wieder was im raum was die leute nicht verstehen was widersprüchlich wirkt thema kommunikation gehen wir weiter denn es war schon einigermaßen skurril dass die da weller dann auch irgendwann so ein wenig den campus in der sendung verhandeln wollte mit der stadt und dann auch vergessen hat dass die bauanträge ja nicht vom ersten fc saadbrücken sondern von der maxi sports gmbh gestellt wurden und da hat er mich dann als schlecht informiert bezeichnet das stimmt nicht der konrad die aber der schwester des vorsitzenden ich habe hier ein schreibe ich kann sie noch gerne zeigen dass vor ein paar tagen hat der sf saadbrücken sein öffentliches interesse zum proficampus grund ich weiß jetzt nicht ob das schreiben angekommen ist das ist vier fünf tage alt aber wir haben vor der ablehnung haben wir eine antragstellung sagt okay die sf saadbrücken ist interessiert an einem proficampus die frage ist halt ob ich wirklich so schlecht informiert war denn das schreiben auf das sich die da weller da bezogen hat das lag mir auch schon vor ich hätte gern in der sendung darüber gesprochen da hatte ich leider nicht die gelegenheit denn ich finde dieses schreiben ist sehr aufschlussreich darüber wie hartmut ostermann und dieter weller den proficampus sehen nämlich meiner meinung nach überhaupt nicht als option für den fcs denn was steht in dem schreiben drin man spricht wirklich nur von der verlegung der geschäftsräume in diesem komplex am franzenbrunnen kein wort zum trainingsplatz kein wort zu den trainings gelegenheiten für die profis des ersten fc saadbrücken im grunde schreibt dann nur der vorstand beziehungsweise das präsidium des vereins an die stadt wir planen umzuziehen genehmigt doch bitte das bauverfahren da vor ort dankeschön und das ist natürlich kein letter of intent wenn man wissen will was ein letter of intent ist dann sollte man eigentlich nur bei google mal den satz eingeben letter of intent vorlage da findet man bei vielen industrie und handelskammern tolle vorlagen und da stehen dinge drin wie da muss der vertragspartner erwähnt werden da muss gesagt werden was ist die beabsichtigte nutzung da stehen auch so zeiträume etc pp drin also wenn ich jetzt sei wo pitino wäre der ja auch in der sendung nicht aufgetreten ist obwohl über ihn geredet wurde ich hätte jetzt ein hühnchen zu rupfen mit hartmut ostermann und dieter weller wenn ich schreiben hätte denn entweder steht man als ostermann und weller null prozent hinter diesem campus und lässt das auch die stadt mit so einem schreiben wissen oder man macht einfach super super viel falsch und dilettantisch und das kann ich mir zumindest bei hartmut ostermann überhaupt nicht vorstellen weil er ist ja bekannt dafür dass er ganz viele bauvorhaben schon umgesetzt hat und pressesprecher peter müller hat ja nochmal beim sr bestätigt es gab in der sache nur einschreiben und ich glaube seit ich über das thema campus berichte heißt es immer wieder die stadt fordert einen vorvertrag vom ersten fc saarbrücken mit keine ahnung mit der maxi sports der verein hat ja gesagt er will ein konstrukt über die soccer group gmbh wählen ist ja auch möglich der punkt ist letztlich dass wir noch nicht mal über den moralischen aspekt den michael kipp in der sendung angesprochen hat sprechen wir reden über technische voraussetzungen die erfüllt sein müssen dass so ein prozess beginnt weller hat ja auch in der sendung gesagt dass ihnen gewisse dinge die da wohl geplant sind sogar stören er hat offen auch damit finde ich gegen wahrscheinlich eine vision von pitino geschossen weil das hört sich ja so an als wolle man den campus machen und gleichzeitig auch noch weiter ein soccer arena betrieb dort aufrechterhalten für privatleute alles in allem wieder mal eine sehr skurrile woche die ein als fc fan nicht wirklich glücklich machen kann und ich hoffe dass wenigstens die spieler sich davon nur beeindrucken lassen und uns gegen kaiserslautern glücklich machen was sagt ihr zur ganzen diskussion ich bin gespannt auf eure kommentare und in dem sinnen sehen wir uns bald mal wieder im fcs blog